Ja, hi Leute, hier ist der Rainer. Wir sind in meinem Lieblings-Bikepark Lac Blanc unterwegs. Da vorne ist auch schon der Julian. Servus. Ich bin mit Rainer wieder dieses Wochenende unterwegs. Natürlich schon wie die ganze Saison auf unseren Lightfields. Ihr könnt uns folgen unter dem Hashtag OurSeasonWithLightfield auf Instagram. Schaut mal rein, was da so zu gucken geht. Den Felix aus dem Service haben wir auch einen Schlepptau und jetzt gehen wir mal ordentlich eine Runde Biken. So, und ab geht's auf dem MK15. Das kann nicht nur Olmer unten, das kann auch Wangen fahren. Jetzt ein bisschen durchgezirkt durch die Steine. Puh, das geht gut in die Arme. Jetzt geht's auf die Routes hier. Dacolor. Wohah! Lass runter! Ja! Ja Leute, das war's von hier aus La Glan, ich hoffe es hat Spaß gemacht zum Gucken. So, jetzt sind wir auch gut fertig. Ja, wir biken jetzt noch so eine Runde weiter und falls ihr mehr von uns sehen wollt, Light for their friends spielt als nächstes an und da gibt es auch einiges zu gucken. Haut rein. Alles klar, macht's gut.